Hier kommt's, die Hotstepper. Was kommt jetzt? Ich bin nackt. Und ich hab auch zwei Mikros. Immer noch nackt. Ja, mit mir, mit Stimmung. Wenn wir singen, ist immer nicht so gut. Mein lieber Roommate da draußen, meine liebe Roommate. Was haben wir noch besprochen? Wie ist das Gendern von Roommates? Schwierig, ne? Kann man Mates überhaupt gendern? Mates ist einfach Kumpel, würde ich sagen. Im englischen Formel-1-Team haben die auch Mates zu Frauen gesagt. Dann ist er schon gegendert, dann ist es neutral quasi. Also lieber Roommate da draußen, wenn du jetzt gerade Sport machst oder vielleicht einfach nur in der Küche bist und eine Spaghetti Carbonara zubereitest. Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde gefährliches Halbwissen von Joko und Paul. Von den zwei Halbweisen Joko und Paul. Und zwar haben wir telefoniert, Joko hat eine neue Show, ist ziemlich müde, liegt nackt im Bett. Es ist sexy geworden, es ist interessant geworden, weil er mir eine wirklich großartige Geschichte über Rammstein erzählt hat. Und du hast aber auch wahnsinnig nochmal über die Toten Hosen erzählt, sonst hätte ich ja gar nicht erst über Rammstein erzählen können, weil dadurch kam mir erst die Geschichte wieder in den Sinn. Das ist quasi eine Rock'n'Roll-Folge. Die Rock'n'Roll, alle Wege führen nach A, W. Ey, aber warte mal ganz kurz. Rock'n'Roll. Nein, wir haben nicht über Drogen gesprochen heute, sonst hätten wir Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Weil Sex, weil ich bin nackt und wir haben auch Drogen vielleicht. Wir haben kurz über Viagra gesprochen. Ist keine Drogen, glaube ich. Nee? Würde ich sagen. Aber wenn wir es jetzt ganz weit auslegen, könnten wir schon die Folge Sex, Drugs und Rock'n'Roll nennen. In Amerika heißt es ja Medizin Drugs. Ist ja ein Drugstore, ist ja nicht ein Drogenladen. Ja, ist doch super. Genau, so ist es nämlich. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Heute bei AWFNR, präsentiert von O2, für mehr O in deinem Leben und ausgezeichnet mit einer goldenen Henne und das zu Recht. Absolut. Wenn Kai Pflaume das postet, voller Stolz, ein Jahr später, dann haben wir alles richtig gemacht. Küsschen an dich Kai und euch allen viel Spaß beim Hören. Jetzt geht's los. A, B, F, N, L. A, B, F, N, L. Hallo Joko. Hallo Paul. Warum kommt denn so erotische Musik im Hintergrund? Was? Lenk mich. Ich warne dich. Wenn du das machst, dann kriegen wir beide... Wo bist du? Was machst du? Also du klingst... Ich liege im Bettchen. Ich bin schon im Bettchen. Bist du nackt, sag mal? Ich bin nackt, ja klar. Ich liege im Bett. Natürlich bin ich nackt. So, ich hab sehr viele Nachrichten zu diesem Viagra-Thema gekriegt. Ja, gut. Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hätte einen kleinen, kleinen Sprung. Was für ein harter Einstieg, im wahrsten Sinne des Wortes. Was für ein harter Einstieg in die Folge. Sofort anzufangen mit... Ich hab sehr viele Nachrichten zu dem Viagra-Thema bekommen. Ich dachte, das passt zu dir, wie du gar nicht... Nur weil ich nackt im Bett liege, heißt das ja nicht, dass ich Viagra genommen habe. Das stimmt, ja. Absolut. Aber nichtsdestotrotz... Aber erzähl mal. Also es gibt... Viele Menschen sagen, man sollte es sich teilen mit dem Sexualpartner. Hä? Einfach Hälfte, Hälfte ist super. Viele Leute sagen, Obacht, sehr viele Obacht, Bluthochdruck und das Produkt endet oft im Krankenhaus. Mehrere Ärzte haben mir geschrieben, oha, pass da bitte auf. Und zweitens Alkohol. Aber weil du Bluthochdruck hast. Ja, genau. Wenn du Bluthochdruck hast, solltest du keine blauen Pillen nehmen. Und wenn du... Du meinst, solltest du nicht den M aus der Garage holen? Genau, keinen M. Und grundlegend auch die... Aber es war eine sehr schöne Kommunikation die ganze Zeit, weil wirklich immer wieder vom M gesprochen wurde. Und auch mehrere Leute wirklich gesagt haben, dass sie mehrfach den M benutzen. Und der wirklich sehr schön... Das sind tolle Ausfahrten, die man dann gemeinsam hat. Und dass man eben... Aber auch Alkohol sollte man... Don't drink and drive, hat einer sehr deutlich geschrieben. Das fand ich eine sehr gute Kommunikation. Ja. Und dementsprechend. Aber also grundlegend sehr positiv. Und sehr unterstützend. Und viele Leute gesagt haben, ja, mach das ruhig mal. Viel Spaß. Go for it. Okay. So, haben wir das auch geklärt. Also du bist in Berlin, in einem Hotelzimmer und... Ich bin im Hotelzimmer, habe die erste Aufzeichnung hinter mir und... Hast du gewonnen? Kann ich nicht verraten. Hast du noch eine Show? Also nimmst du jetzt... Was passiert, wenn du jetzt verlieren würdest? Ah, scheiße, wenn ich jetzt... Jetzt muss ich aufpassen, wie ich erzähle, weil natürlich würde ich mich jetzt verraten. Weil wenn ich sage, wir sind in den Proben... Gibt's denn erstmal eine Frage? Gibt's jetzt nicht endlich mal einen offiziellen Namen für diese Show? Einen offiziellen Namen gibt's, ja. Ja, wie heißt die? Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt mir die Show? Ja. Wer stiehlt mir die Show? Genau so. Okay, und wann kommt die? Ist das auch schon? Ein Sendetermin gibt's auch? Anfang Januar, ja. 5. Januar, glaube ich, kommt die erste. Ist der 5. Januar ein Dienstag? Kann das sein? Ich guck kurz. Dienstags 20.15 Uhr auf. Ich kann leider nicht nachgucken, weil wenn ich nachgucke, bin ich nackt. Guck mal kurz, Joko. Ist der 5. ein Dienstag? Kannst du kurz gucken? Ja. Normalerweise klappt das. Ja, ja, natürlich. Ich bin ein Naked Cowboy, ich mach gar nichts heute. 5. ja. 5. Dienstag, ne? Was man wirklich mal als Buch rausbringen könnte, wäre, das ist für mich auch wirklich fairerweise ein großer Druck, muss ich sagen. Also wir nehmen unser Gespräch ja auf mit einer Software und da muss man seinen Benutzernamen, kann man frei wählen. Und da muss man sagen, da merkt man deinen, ich sag mal Comedy oder Entertainment Hintergrund sehr, sehr deutlich, weil du echt, wenn du eins kannst, dann ist es dir selbst sehr, sehr gute Namen in diesem Aufnahmetool zu geben. Und also heute heißt du da Naked Cowboy. Oh nein, nein, ich hab grad die Decke hochgemacht. Nein, nein, weil ich die so ein bisschen hochziehen wollte und hatte aber dann nicht bedacht, wie, das müssen wir pixeln, das musst du mir versprechen. Also sehr viel zu pixeln. Ich weiß gar nicht, ob wir so große Pixel finden. Hör auf, ein Pixel reicht. Ich hab's doch gerade gesehen. Gut, also Naked Cowboy heißt du da heute und ja, ich versuch da immer mitzuhalten. Ja, Outdoor Ripkey, ich versuch's irgendwie, aber ich hab keine Chance, dir das Wasser zu rechnen. Nee, das stimmt nicht. Manches Mal hast du auch sehr gute Namen. Ich mag das immer. Ich hab das nur deswegen quasi als Sport eingeführt, weil die liebe Fritzi, die immer noch quasi hier so Kontrolleursmäßig mit über die Folge guckt, dass wirklich alles gut geht, während wir hier labern, dass wir uns nicht verrennen. Und dass wir an gewisse Dinge denken, die vielleicht nicht irrelevant sind. Wir sind ja wesentlich professioneller, als man denken würde. Also wir sind ja eigentlich aufgestellt hier als... Naja. Mann, jetzt wollte ich einmal ganz kurz so tun, als wenn wir hier irgendwie... Aber ich mag das immer, weil Fritzi ist ja immer gemutet in dieser Unterhaltung hier. Und am Anfang ist sie aber immer noch kurz mit drin und sagt, okay, ihr seid beide da, es läuft, bitte anfangen. Und die lacht immer, wenn sie meinen Namen liest. Und ich weiß immer, wenn sie dann lacht, das freut mich immer richtig. Da geht mir ein Herzchen auf. Oder wie sagt man das? Fritzi, was waren denn die Top 3 Namen von Joko oder Paul, die wir bisher genannt haben? Kannst du dich mal anmuten und einmal kurz uns erzählen? Ad hoc weiß man es wahrscheinlich gar nicht. Jetzt macht es jetzt... Das ist fies, ne? Was schreibt sie? Ich kann nicht ran. Papa La Paul. Papa La Paul war auch gut, ja stimmt. Gut. Also, aber du hast angefangen mit der Show. Jetzt hat sie gerade noch was reingeschrieben, ich kann nur nicht gucken, es tut mir leid. I'm sexy back. I'm sexy back, das warst du mal, ja. Das war sehr gut. Aber es macht immer Spaß. Ich finde aber, du hast sehr gute Namen schon gehabt. Ich finde, das stellst du dich jetzt in die falsche Ecke. Ich habe jetzt leider keine Beispiele mehr, aber ich habe manches Mal auch gelacht, wenn der Nummer drei ist der Naked, der Naked Cowboy von heute, ja. Naja, grundlegend ist es halt, also so Wortspiele, das ist ja quasi der Beruf von Martin Lazzini, von Materia. Stimmt, ja, das kann ich aber nicht sehr gut. Und das ist unfassbar, wie gut der da drin ist. Also wie der so kleine, das ist ja fast alles dann bei Masimoto verarbeitet, aber der hat so eine riesen Bibliothek an Soundbites. Also der macht dann immer im iPhone in der Aufnahmefunktion, sagt er dann so einen Satz und sagt halt dann sexy Cowboy oder was auch immer. Also so kleine Wortspiele, wo ihm was auffällt, was passiert. Das mag ich aber sehr an ihm, weil ich finde immer, wenn man sich, also so oft habe ich ihn jetzt auch noch nicht dann privat erlebt, aber die Male, wenn er dann da ist, ich finde, der hat dann immer selber so eine diebische Freude daran. Und da sehe ich immer eine sehr große Parallelität zu mir, wenn man dann so einen Gag macht, den man selber am witzigsten findet und niemand lacht, aber man selber den halt so gut findet, dass man den noch zwei-, dreimal nochmal macht, weil man denkt, keiner hat ihn verstanden. Und am Ende finden es alle noch schlimmer als beim ersten Mal, weil man ihn noch zwei-, dreimal gemacht hat. Das finde ich, hat er in Perfektion, aber das Absurde ist, und vielleicht kennst du das auch, ich finde, er ist so jemand, bei dem hat man dann immer wieder das Gefühl, dass es dann doch irgendwie lustig ist, weil er das irgendwie auf so eine sehr niedliche, sympathische Art immer wieder vorträgt und gar nicht so auf, ey, war das nicht ein geiler Gag, sondern ich glaube, er weiß am Ende, wie schlecht das Wortspiel war, aber er lebt es doch total aus und das macht es wiederum total gut. Während ich immer denke, es war doch ein Megawitz, warum lacht denn keiner? Stimmt. Stimmt, danke schön. Hauptscheidungsgrund bei mir, wenn ich mich mal scheiden lasse, was hoffentlich nie passiert, wäre auf jeden Fall Pointenklau von Geschichten, die man so erzählt am Tisch, weißt du? Das macht mich komplett, da drehe ich komplett hohl, also auch so unkontrolliert bin ich kurz davor, Sachen zu werfen und auch da muss ich aber sagen, ist der Amerikaner ein bisschen cooler, wir waren eingeladen und da hat ein Pärchen das erzählt und im Amerikanischen ist der Begriff, don't you steal my punchline, ein bisschen besser als Pointenklau. Ja, das stimmt, don't you steal my punchline, ist cool, ja. Ja, und, äh, ja, punchline, das ist sehr, sehr gut. Was ich aber auch gar nicht mag, ist, wenn ich... Ganz kurz, Joko, stopp, kurz Werbung und dann kannst du mir erzählen, was du gar nicht magst. Entschuldigung. Ja, was soll ich sagen, das Internet, wir lieben es, wir brauchen es und wir können nicht mehr ohne, aber am Ende des Tages ist es so, glaube ich, das Internet, es ist Fakt, zum Beispiel, also nicht Fakt F-A-C, äh, nee, Fakt F-A-K-T, sondern Fakt F-U-C-K-E-D, zum Beispiel Desinformationen, verbreiten sich da wie ein Lauffeuer, meistens sogar schneller als echte News und beeinflussen Meinungen und auch Urteilsvermögen. Internet braucht mehr Liebe statt Profitgier und vor allen Dingen Datenschutz statt Werbetracker und Unfuck the Internet mit Firefox, dem unabhängigen Browser, unterstützt von Non-Profit Mozilla oder Mozilla. Firefox und Mozilla setzen sich seit vielen Jahren für ein offeneres Internet ein, für, äh, ja, Firefox als unabhängigen Browser zu positionieren, unterstützt von Non-Profit Mozilla, also man muss verstehen, das ist am Ende ein Browser wie jeder andere auch, aber es steht eine Non-Profit-Organisation dahinter, das heißt, da ist niemand, der irgendwie versucht, euch irgendwas aus den Rippen zu allein, was viele andere versuchen, um dann daraus wieder Kapital zu schlagen. Firefox leistet außerdem noch einen Beitrag zu besserem Internet, entwickelt nämlich Produkte und Technologien und auch Programme, die dem Mensch die Kontrolle über ihr Online-Leben zurückgeben sollen. Du hast alles gesagt, was da schon drin ist, also Unfuck the Internet ist diese Kampagne, die tatsächlich gegen Manipulation und Verhaltensteuerung da da ist und unter Firefox.com slash Liebe kann man das dabei aktiv helfen, das Internet zu unfucken, sagt man das so? Naja, also auf jeden Fall die schlechten Seiten. Ich finde es irgendwie ganz geil, dass sie es Unfuck the Internet nennen, das ist so ganz klar adressiert und man weiß ganz genau, was es ist und wenn dann die Adresse noch Firefox.com slash Liebe ist, dann finde ich das so gut, dass ich es mega finde, dass wir darüber reden dürfen, dass es die Möglichkeit gibt, das Internet zu unfucken. Genau, danke. Also was magst du auch gar nicht? Ich mag es gar nicht, wenn man so Geschichten erzählt und dann sitzen Menschen mit am Tisch, die die Geschichte miterlebt haben und dann sagen die so, hä, so ist das doch gar nicht passiert. Da könnte ich auch ausrasten, weil dann denken wir so, Moment mal, warte, ich muss mal ganz kurz hier, so ich muss mich hier mal ausmachen. Oh Gott, ich sehe aus, ey. So, ich lege mich jetzt hier so hin. Ich finde, du siehst ganz gut aus. Ja, das ist lieb von dir, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war hier mit dem Nackt, aber egal. Das finde ich halt immer, wo ich mir denke, ist doch total egal, ob es sich so zugetragen hat. Wenn ich die Geschichte so erzähle, ist sie halt einfach viel besser. Und das finde ich ist auch kein... Genau, und nichts davon, ja. Bestimmt ja auch nichts. Also es ist ja, noch nie haben wir behauptet, dass alles genau so passiert ist, wie wir es erzählt haben, sondern wir, also in meinem Leben ist 70% Übertreibung auf jeden Fall. Es ist schon, der Grundsatz ist immer so, aber so ein bisschen muss, kann man das ausschmücken, ist ja der Begriff dafür, oder? Ich finde, das ist schon okay. Nein, das ist so, aber das ist schon so lustig, weil ich wusste, dass wir heute telefonieren und ich so überlegt habe, was kann ich denn quasi von der Show erzählen, ohne dass ich irgendwas vorweggreife, ne? Und dann hatte ich halt so zwei, drei Geschichten irgendwie, wo ich dann dachte, nee, das kann ich nicht erzählen, weil das sind ja jetzt auch noch so Geschichten, wo alle, wo ich weiß, Schmitty ist dabei, Jakob ist dabei und Co. Und ich weiß, die würden das einfach voll Wolle nehmen und dann bei sich erzählen, wie ich da rumlüge über die Show, wo ich mir denke, naja, am Ende ist es doch, es ist ja Entertainment am Ende, es ist ja Unterhaltung, wenn ich jetzt irgendwie anfange, Geschichten zu erzählen. Das Schlimme ist aber, ich kann gar nicht so viel erzählen, weil du gerade eben gefragt hast, so, wie ist es denn? Weil ich müsste halt wirklich schon Sachen erzählen, die noch gar nicht kommuniziert sind und das wäre sehr, sehr schade, weil wir dann, wir hätten dann zwar die Kommunikationshoheit darüber und wir würden hier quasi richtige News verbreiten, aber es ist noch so ein bisschen zu früh. Ich glaube, das würde dann verpuffen bis zum Ausstrahlungsdatum. Aber erste Aufzeichnung, so viel kann ich vielleicht sagen, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn die sagen, ich habe halt eine zehnköpfige Band da, also die wirklich live spielen und wir haben einen im wahrsten Sinne Killer-Song, der anfängt, also mit dem die Show losgeht, also ein Thema quasi, lieb ich und dieser ganze Opener, unfassbar. Und wenn du dann, wir haben eine, das kann ich vielleicht schon erzählen, wir haben eine Showtreppe, ja, das ist aber, würde ich sagen, eine Showtreppe, die ihresgleichen sucht von der Größe. Also es gibt nichts, ich würde sagen, ich bin noch nie von einem höheren Punkt in eine Show reingelaufen. Das Problem allerdings ist nur, ich habe Höhenangst. Also sie ist so hoch, dass du Höhenangst hast, wenn du oben stehst. Ja, und jetzt kommt's, wenn ich die Treppe hochgehe, ist es easy, weil ich muss ja nicht runtergucken, dann gucke ich quasi nach oben und gucke so in die Stufen rein, das ist entspannt und dann kommt der Moment, wo ich mich oben rumdrehen muss und dann habe ich wirklich die rechte Hand an der Wand, die linke am Geländer und dann greife ich mit der rechten ans Geländer rüber, drehe mich ganz langsam um 180 Grad, damit ich mit der linken Hand an die Wand komme, dann ziehe ich mich so rüber ans Geländer, dass ich da feststehe und dann gehe ich noch zwei Schritte rückwärts, weil da oben auf dem Plateau könnte ich mich so schlecht drehen, weil ich so viel Schiss hätte und dann stehe ich ganz oben und dann warte ich eigentlich auch nur drauf. Es ist wirklich, ich glaube, das ist mit, also ganz ernst gemeint, das ist, ich hatte nie einen cooleren Auftritt in einer Show, vom Opening her von allem, weil es wirklich, ich finde es ultra cool, mir macht es wahnsinnig Spaß und Spaß klingt jetzt so klein, aber es ist wirklich so, du hast so richtig Bock in diese Sendung reinzugehen und du hast so richtig Bock diese Stufen runterzuschreiten und die Musik ist geil, die Band spielt live unten und es ist wirklich so, es ist, und das muss man vielleicht auch sagen, es fehlt Publikum, es ist so krass, wie sehr mir das fehlt, dass da Leute sitzen. Das habe ich, glaube ich, so wahnsinnig noch nie formulieren können, weil es ja was anderes ist als zum Beispiel bei J.K.P.7, also J.K. und Klaas gegen ProSieben, wo dann Steven noch ist und Klaas noch ist und wo man so untereinander ist und wo es dann irgendwie auch so eine Energie gibt. Aber wenn du so ganz alleine bist, gerade am Anfang von der Sendung und da sitzt niemand, der dich willkommen heißt und der sich freut, dass du da runterkommst und der diese Energie mit dir spürt, die da irgendwie im Raum ist und du das mit niemandem teilen kannst und auch niemanden hast, dem du das zurückgeben kannst, dass du diese Energie, die du von denen bekommst, halt irgendwie fühlst und wie glücklich dich das macht in dem Moment. Das ist halt wirklich so, es macht so schon wahnsinnig Bock, aber es ist unvorstellbar, wie krass es wäre, wenn noch Publikum da wäre. Das ist wirklich ganz absurd, wie sehr mir das bei dieser Show nochmal on top zu allem fehlt, weil auch so viele Momente in der Show entstehen, wo du weißt, jetzt Publikum und es wäre Wahnsinn, aber es ist halt leider kein Publikum da. Das macht mich, neben allem, was mich gerade traurig macht, macht mich das sehr, sehr traurig. Aber dieses da oben runtergehen, das ist so, ich würde halt am liebsten den coolsten Auftritt des Lebens hinlegen, brauche aber so die ersten sieben, acht, neun, vielleicht sogar zehn Stufen, um so eine Sicherheit zu bekommen, weißt du, dass der Auftritt so eine Größenordnung hat von jetzt trau ich mich normal zu gehen, weil ich wirklich dann so ganz langsam und so einen Schritt nach dem anderen, es ist super absurd und das war aber von Anfang an klar, weil alle haben immer gesagt, ey, das wird ein mega Auftritt, ich so, ja, das wird ein super Auftritt und dann stand ich das erste Mal in diesem Studio und hab gesagt so, das ist aber nicht mein Auftritt und dann haben alle gesagt, doch, das ist der Auftritt, das seid ihr wahnsinnig, wisst ihr, wie hoch das ist, das ist wirklich irre, aber mega. Wie viele Schuhe hast du da an? Also so, hast du da glatte Schuhe auch noch an? Ja, ich bin sogar noch, Johannes, unser Wahnsinnsregisseur, den ich über alles liebe, weil er einfach die coolste Sau der Welt ist, der kam sogar vor der Sendung, kam er nochmal zu mir und ich war draußen vor dem Studio und hab versucht, die Schuhsohlen, weil die Schuhe halt nagelneu waren, hab ich versucht, die Schuhsohlen irgendwie noch so ein bisschen Grip zu geben, weil ich halt schon... Aufzurauen. Bitte? Aufzurauen. Aufzurauen, ja genau, und er meinte sogar noch, sag mal, wir können auch nochmal kurz fünf Minuten schieben, dann kleben wir dir da irgendwie noch Schmögelpapier drunter, wenn du willst, dann hält das besser und ich so, nee, nee, alles gut. So schlimm ist jetzt auch nicht. Fand ich immer mega, dass er rausgekommen ist und nochmal mehr checken wollte, ob wirklich alles safe ist, aber es ist... Ach, keine Ahnung, diese Show ist... Die macht unfassbar Bock. Also das kann ich, glaube ich, sagen, es macht wahnsinnig... Es ist ultra viel, es macht wahnsinnig Spaß, es ist ultra viel, weil ich glaube, ein großer Unterschied, ich habe es eben schon gesagt, JKP7, da bin ich halt Gast in meiner eigenen Show, das haben wir so ein bisschen, glaube ich, ganz unbeabsichtigt mir, haben wir uns das bei Raab abgeguckt, der das ja, glaube ich, perfektioniert hatte, einfach, keine Ahnung, Stock Car Challenge, da ist er als Stocker gefahren, dann ist er TV-Total, Wok-WM und weiß ich nicht was alles, da ist er dann einfach über den Tunnel da runtergerutscht und hat er immer Moderatoren gehabt, ja, Sonja Kraus oder Opti oder Steven, die dann da irgendwie für ihn moderiert haben, dann ist er immer da hingekommen, hat kurz Hallo gesagt und hat sein Ding weitergemacht, hatte immer so lustige Abende, aber nie wirklich Arbeit, in Anführungsstrichen, mit der Situation. Und das ist ja so ein bisschen bei Duell, da moderiert Janine, bei JKP7 moderiert Steven und ich glaube, das letzte Mal habe ich wirklich dann bei Halligalli, wenn man das moderieren wollen würde, oder nennen wollen würde, habe ich das letzte Mal da moderiert und dann vielleicht noch lieber Beginner gegen Gewinner, bei dieser Sportler-Sendung, die ich da zwei Staffeln machen durfte und dann war das aber auch vorbei und dann habe ich jetzt eigentlich die letzten drei Jahre habe ich nicht moderiert und wenn du jetzt dann auf einmal wieder in so eine Situation kommst, dass du so eine komplette Sendung unter Kontrolle haben musst mit wirklich Regeln und Abläufen und Spielen und auch Momente, wo deine Kandidaten dann irgendwie mit dir reden und du dann irgendwie zuhören musst und parallel bist du aber in Gedanken schon so, okay, warte, jetzt muss ich gleich da hin, dann habe ich das und dann, ich habe noch so die Möglichkeit, etwas anders mich im Studio zu bewegen als laufend, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten und das ist relativ komisch. Dazu, darf ich da eine Frage stellen? Was macht die Verletzung? Nur weil es gerade… Ey, es ist immer noch eine klaffende Fleischwunde. Hat es sich entzündet? Nee, nicht wirklich, aber es ist schon, wenn ich drankomme hier… Okay, aber nicht mehr, nicht mehr erzählen, nicht mehr erzählen. Es ist sehr unangenehm. Also es gibt eine andere… Es sieht auch nicht schön aus, es ist farblich sehr, sehr bunt an meinem Oberschenkel aufgrund des Aufpralls, aber… Aber zahlt die Versicherung das jetzt oder? Ach, ist egal. Erzähl weiter von der Show. Stichwort wollen wir Geschichten größer machen als sie sind. Aber es ist einfach so irre, weil du auf so viele Sachen achten musst, dass du das irgendwie alles unter Kontrolle hältst und das kenne ich gar nicht mehr, dass man so richtig Zeremonienmeister ist, dass du wirklich jedem da im Panel gerecht werden musst, der da sitzt oder die da sitzt und du hast dann einfach die Situation, ich hab wirklich, mein Gehirn, Samstagabend war frittiert. Also es war wirklich richtig fried. Da war nichts mehr. Ich hab den Sonntag über quasi so ein bisschen Vorbereitung getroffen und ich war fix und alle, ich konnte fast nix. Ich hab lang gepennt, was gut getan hat, aber ich bin auch jetzt heute, heute war ein weiterer Tag im Studio, heute bin ich richtig, richtig, richtig in den Sack. In den Sack. Aber du, also ich mein, du hast ja in deiner Bio auf Instagram stehen TV-Host. Ja. Das ist ja das, was du gemacht hast. Nee, das ist ja das, was du jetzt, hast du denn je mal meine Nachricht abgehört, die ich dir geschickt hab? Nein. Siehste, so ein guter Freund bist du. Mach mal jetzt auf Play. Nee, dann muss ich aufstehen, ich hab mein Telefon ja hier. Und ich mach trotzdem mal. Ich bin nackt. Außerdem, wir pixeln das wieder, das ist schon okay. Nee, warte, dann muss ich so raus. Hat geklappt. Warte, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wo mein Telefon ist. Aber du hast mir zwei geschickt, kann ich beide abhören? Ne, ich hab dir nur eine. Nein, nein, ich hab mich mit dem Hintern in den Teller gesetzt, der hier steht mit dem Essen. Ah, nur weil ich das Telefon holen soll. Wo ist mein Telefon? Telefon! Ich muss jetzt gucken, wie ich hier rausgehe, nicht, dass man mich sieht. Hier bin ich. Ah, bin ich, hallo. Äh, wo ist mein Telefon? Joko Winterscheidt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Oh, hier ist was los. Auf deinem Telefon? Tausend Mark richten. Also, Joko hat mir irgendwann abends geschrieben, dass er sehr, sehr müde ist und dass wir nicht mehr telefonieren über andere Themen. Und dann hat er gesagt, du kannst mir aber gerne noch Liebesbekundungen schicken. Nein, ich will nicht, dass ich nackt zu sehen bin. Wenn das nicht gepixelt wird, dann rass ich aus. Hast du es wieder nicht hingekriegt? Nein! Das geht nicht. Zu checken, dass da eine Kamera ist. Also, auf jeden Fall habe ich dann Joko eine Sprachnachricht geschickt, nachts, wissend, dass er sie morgens anmacht und sie sich abhört. Aber wie es manchmal so ist, hat er sich es nicht angehört. Die eine Minute zwölf waren ihm zu... Stimmt nicht, es ist 1,31 und 1,50. Welche soll ich abhören? Beide? Das ist die Frage, welche der beiden. Du hast keine von beiden abgehört. Paul, ich bin wirklich im Tunnel gerade, es tut mir leid. Merke ich, merke ich. Also die 1,50 ist, die 1,31 ist eine, die nicht... Ich habe ja eine gelöscht wieder. Die letzte Nachricht einfach. Mein lieber Joko, einen wunderschönen guten Morgen. Mit Energie und Freude stehst du heute auf, denn heute ist ein weiterer Tag, der gut ist in deinem Leben, denn es ist viel Arbeit, es ist viel zu tun, aber es wird dein Kind sein, was erfolgreich hier geboren wird und was durch deinen Samen, durch deinen Zutun. Denn tief in dir drin, gib es zu. Jetzt ist der Moment, sind diese Gastjurorenrollen bei irgendwelchen Erfinder-Shows, die Joko und Klaas gegen ProSieben-Shows, wo du nur hingehen musst oder was auch immer. Das sind lächerliche, kurzfristig gedachte, meinetwegen gute Preis-Leistungs-, also Preis für dich, für die Leistung, die du hingehst, Engagements. Aber hier hast du eine echte Aufgabe. Hier hast du die Möglichkeit, wirklich einfließen zu lassen. Mit guter Laune, du wirst heute die Leute anlachen, du wirst mit Energie vorangehen, du wirst ein Leader sein, der gute Laune dort bringt, super Produkte dort hinbringt, denn die erste Show seit langer Zeit, die deine Handschrift trägt, die deine eigene Show ist, die dein eigenes Kind ist, die du bewerten kannst, die im Januar das Licht der Welt erblicken wird und die dann, auf die du dann stolz zurückschauen kannst, weil du sie gemacht hast, die wird dich genau jetzt schon zum Lachen bringen, zum Lächeln bringen. Stimmt doch, oder? Ich seh's doch. Ich seh, wie du lachst. Du machst merkst. Diese Freude und diese Energie, die nimmst du jetzt in drei Kniebeugen noch mit. Eins, zwei, drei. Und dann sagst du einmal, Paul, du hast recht. Ich geh mit Energie hier rein. Paul, du hast recht. Aber es wird sich lohnen, denn am Ende dieses Tunnels ist ein wirklich schönes Geschenk. Also viel Spaß, einen wunderschönen Tag und mit genau dieser Energie gehst du jetzt vorne weg. Tschüss. Ich muss sagen, eine gute Sache hatte es, dass ich es noch nicht abgehört habe, eine gute Sache hatte es, wir haben es jetzt hier zusammen gehört und ich muss sagen, also Sebastian Jotter, hätte das nicht schon gesagt. Daran habe ich auch gedacht, als ich es gemacht habe. Wirklich? Weil man merkt es so richtig an. Es ist so ein bisschen, ich mag es ja sehr, wenn du mir Sprachnachrichten schickst, die aufbauen sind, aber man merkt so richtig, wie du hier versucht hast, ein Motivational Speaker zu sein. Das ist ja auch morgens. Ich habe halt gedacht, du stehst auf, machst es auf Play und putzt dir die Zähne oder sowas, so wie ich das mit deinen Sprachnachrichten mache. Oh Mann, Paul, hör auf. In so Momenten schäme ich mich immer ganz doll. Da habe ich wirklich immer das Gefühl, dass ich kein guter Freund bin, wenn ich sowas mache. Nein, alles gut. Aber deswegen habe ich das. Aber es ist alles gut. Aber es ist ein Chakra. Ich dachte auch ein bisschen an diesen komischen. Nicht Chakra, sondern Chakra. Chakra, das hatten wir schon mal. Ja, das Chakra ist doch aus dem Kamasutra, oder nicht? Das weiß ich nicht. Oh, schon wieder gefährliches. Gefährliche Halbweisen sind wir. Schon wieder. Da, oh Gott, ich springe jetzt nicht im Dreieck herum. Was heißt das eigentlich? Ja, dass man halt nicht ausrasten soll. Aber wo das herkommt, jetzt springe ich im Dreieck. Puh. Also es bedeutet ja quasi zornig werden, wütend werden. Ich habe es mal nachgeschaut. Mitte des 19. Jahrhunderts ließ sich Friedrich Wilhelm der, oh Gott, jetzt wird es römische Zahlen. Sag mal. Wenn es IV, also V ist 5 und I ist der 4., oder? I ist vorne, genau. Dahinter ist 6, ja. Genau. In Berlin ein Gefängnis errichten, das so ganz anders war als alle anderen. Hier waren alle Gefangenen einzeln untergebracht. Es gab keine Gemeinschaftsräume. Friedrich Wilhelm IV. wollte damit verhindern, dass sich die Inhaftierten untereinander schlecht beeinflussten oder die Straftäter vielleicht sogar gemeinsam etwas aushackten. Hat jetzt bei mir nicht so ganz geklappt. Ich habe, naja, egal. Auch der Rundehof auf dem Gefängnisgelände wurde kuchenstückartig in 20 einzelne Spazierhöfe unterteilt, die von hohen Mauern umgeben waren. In der gerade mal 10 Quadratmeter großen dreieckigen Höfen wurde die Isolation hin und wieder einem der Gefangenen zu viel. Wenn dieser seinen Ärger nicht mehr kontrollieren konnte, dann sprang er vor lauter Wut in dem kleinen Dreieck herum. Von dem Zellengefängnis Moabit gibt es übrigens heute noch Überreste im 2007 eröffneten Geschichtspark in Berlin zu finden. Von diesen Dreiecken, in denen alle verrückt umhergesprungen sind. Heißt aber, ist auch eins, habe ich jetzt auch gelernt, es gibt ja so ein paar Sprichwörter, die allgemeingültig sind. Und der größte Teil von genau diesen ganzen Bildungsaufträgen sind aber sehr, sehr Deutsche. Also ich sollte jetzt hier nicht sagen, I'm jumping around in the triangle oder sowas. Weil die ja nicht fällt, also ja. Aber ist das, ich habe einen guten, oh Gott, jetzt überschlagen sich die Gedanken in meinem Kopf. Ist das eine Idee, dass man einfach mal ein deutsche Sprichwörter international übersetzen und dann einführen? So ein kleines Buch. I make me, me nothing, you nothing out of the dust. Ja, zum Beispiel. Was heißt das? Ich mache mich aus dem Staub. Ich mache mich, mir nichts, dir nichts aus dem. Ach, so mir nichts, dir nichts, me nothing, you nothing, ja, stimmt. Oh, sehr gut. Also, ich habe ein Wochenende hinter mir. Ein verrücktes, ich habe es auf Instagram gesehen. So viel Zeit hatte ich zwischendurch immer wieder. Wartest du da, also musst du auch wieder warten zwischendrin, weil quasi... Ja, mal so, mal so. Es ist ja insofern eine besondere Situation, als dass es sein kann, dass ich zum Beispiel eine Show, wenn ich sie nicht gewinne, dann, wenn zum Beispiel dann Finale geprobt werden, ja, oder Finals, ich weiß gar nicht, ob das Plural ist, geprobt werden, dann darf ich ja nicht dabei sein. Dann kann es ja sein, dass ich da was, also da sowieso nicht, weil ich dann ja sein konnte, dass ich die Fragen mitbekomme fürs Finale. Und es ist aber auch so, dass werden Spiele aus Sendungen drei, vier, fünf zum Beispiel geprobt werden. Bin ich auch nicht dabei, weil so weit können wir ja nicht in die Zukunft sehen, ob ich da dann vielleicht überhaupt der Host bin. Das heißt, dann muss ich immer raus. Und dann habe ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde, eine Stunde Luft und kann dann quasi meinen Kram, den ich dann vorher nicht so sauber durchexerziert habe, für mich nochmal im Kopf sortieren und nochmal neu runterschreiben. Und da habe ich dann immer ein bisschen Luft in. Da habe ich nur gesehen, dass du, ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass du da bei dir gerade in Newport bist. Ich dachte, du wärst jetzt irgendwo in fancy Palm Springs. Ich bin zurück. Palm Springs ist ja nur eine Stunde 40 weg von hier. Hals. Da würde ich immer noch so gerne hin. Das heißt, meine Traumziele, die ich so gerne mal sehen würde. Bin ich oft bei, vor allem bei Chef Tanja. Tanja ist eine, die hat Seitan, was wiederum ein weizenbasiertes, veganes Fleischersatzbruch, also kein Fleischersatz, glaube ich, Tofu mäßig. Das hat die so gut gemacht, dass es wirklich, also immer wenn ich in Palm Springs bin, fahre ich da, also jetzt zum Beispiel wäre es gar nicht auf dem Weg gewesen und bin nur für dieses Mittagessen da hingefahren. Und bin da vorbeigefahren, weil ich so ein Fan von diesem, aber generell ist Palm Springs halt einfach. Aber also, dieses Wochenende war Friendsgiving, deswegen war alles auch ausgebucht. Friendsgiving ist zwei Wochen vor Thanksgiving, der Ort, wo man mit seinen Freunden nochmal irgendwie ein Wochenende verbringt. Wir haben das nicht getan, aber ich wollte ein Wochenende mal nach Joshua Tree, weil Joshua Tree ist ja neben Palm Springs der Naturpark und eine Wüste, so diese Steine, was warst du immer? Joshua Tree. Joshua Tree. Ja, das ist halt so eine Wüste am Ende. Und diese ganz großen, glatten Steine. Ach, doch, gab es ja nicht schon mal die Geschichte, dass du da Bäume fotografiert hast, die dann gar nicht, die waren, die es... Ja, genau, die Joshua Trees. Ne, da haben wir einen Livestream mal drüber gemacht. Stimmt, 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 stimmt. Welche sind es jetzt und was ist da passiert? Aber auf jeden Fall, dort war meine Familie noch nie und deswegen habe ich gesagt, komm, dann verbinden wir das alles ungefähr. Und haben dann quasi ein... Ich habe ein Haus gemietet und ich bin Donnerstag und Freitag dorthin gefahren mit dem Fahrrad. Also habe eine Nacht dann irgendwo auf dem Weg. Das sind relativ genau 350 Kilometer ungefähr und dann kann man quasi einen Tag fahren, schlafen, wieder einen Tag fahren und dann war ich auch da. Und dann haben wir noch zwei Tage da freigemacht. Und also A war die Radtour dorthin mega geil, weil es halt so, du fährst aus L.A. raus und dann wird das alles so erst grün und dann anders und dann so wüstig dann irgendwann. Und das war auch bis auf ein Ministück. Also irgendwann kommst du dann durch so ein Indianer-Reservoir und da dürfen halt keine Fahrräder fahren. Und dann musst du kurz eigentlich auf der Autobahn fahren und dann hat aber so ein Planungsdienst mir gesagt, fahr hier einfach, geh unter einer Brücke durch, was schon echt sketchy war und dann so in die Wüste einfach geradeaus. Und ich hatte ja ein GPS dabei und das war aber dann wirklich nur Wüste. Da musste ich dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so einfach nur mein Rad schieben, weil es einfach so tiefer Sand war, dass es unmöglich war. Aber ansonsten hättest du halt über die Autobahn fahren müssen und ich wusste halt nicht, ob, also Autobahn-Standstreifen ist legal hier, darfst du mit dem Fahrrad fahren. War es wirklich? Aber ist halt schon, also keine Ahnung, da habe ich... Aber hattest du da kurz Sorge, dass du da... Verloren gehst? Ja. Ich habe eine ganz gute Orientierung. Ich wusste schon, wo ich bin und wo es da ist. Es hat nur genervt halt. Und die Abkürzung dachte ich, wäre besser. Ich dachte, es wäre halt dann so ein Feldweg oder so ein Platterweg halt, wo man schon immer noch fahren kann, konnte man nicht. Aber was ich da gemacht habe und was wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend war und das möchte ich dir auch ans Herz legen, also für mich zumindest beeindruckend war, ist, dass also A ist diese Radfahrerei wirklich, wenn du so ein Ziel hast, nochmal geiler, weil du... Also das ist ja so ein bisschen so ein Abenteuer auch. Also du gehst halt irgendwo hin, du warst da noch nicht, du weißt nicht, ob du ankommst, du bist irgendwie so allein verreisen. Also wenn es nur ein Tag ist, ist ja dann doch auch geil. Und wenn man halt... Also zum Beispiel habe ich das Hotel genau fünf Minuten, bevor ich beschlossen habe, hier schlafe ich jetzt, habe ich dann dort ein Hotel gesucht und habe das dann gebucht übers Handy. Und also diese Unbestimmtheit, nicht genau durchgeplant zu wissen, wie weit kommt man denn, wie ist es jetzt, die habe ich zumindest lange nicht mehr gehabt in meinem Leben. Weißt du, so, dass du so nicht so richtig weißt, wo es hin, das hat tierisch Bock gebracht. Und das Zweite ist, man kann sich da so krass viel Zeit nehmen für Themen und die ich sonst ja auch, also nicht nur Zeit für sich selber, sondern auch für Podcast und so weiter. Und ich habe da den letzte Woche schon zum Content der Woche erklärten, habe ich mir extra aufgespart, den Campino-Podcast mit Hotel Matze. Und ohne Scheiß, das ist mit eins der krassesten Gespräche, was ich seit ganz, ganz langer Zeit... Also so, es ist wirklich zutiefst beeindruckend, was für ein geiler Motherfucker Campi eigentlich ist und wie richtig das ist. Und vor allem, lieber Joko, es war wirklich mehrfach so, dass ich mir gedacht habe, das muss ich Joko sagen, das muss ich Joko sagen, weil du, wenn du dir das anhörst, glaube ich, besser verstehst, warum ich manchmal so ticke, wie ich ticke. Weil der Impact von Campino und von Toten Hosen auf mich und mein Leben und wie ich Dinge tue, ist sehr, sehr viel größer, als ich das benennen kann. Also so, die waren, natürlich ist Materia einer der Ersten gewesen, mit denen ich wirklich was erlebt habe, aber die Reise haben wir gemeinsam gemacht. Entschuldigung, aber war Materia zuerst oder waren die Toten Hosen zuerst? Materia war zuerst. Ah, okay. Und mit dem habe ich aber die Reise gemeinsam gemacht. Also wir haben beide nie, also weißt du, wir waren, also das war eher so ein, was Gemeinsames erleben und da eine Weltreise machen, da das machen und bei den Toten Hosen, die haben einen aber so mitgenommen, in was schon Bestehendes. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, wie die so ticken und wie Kampi so tickt und wie der so an Dinge rangeht. Und das konnte ich aber nie benennen. Also ich habe ganz oft dir ja auch schon 20 Mal gesagt, ja, die Toten Hosen und das hat mich so geprägt damals. Ich konnte es aber nicht benennen. Also ich konnte nicht so ganz genau sagen, das, das, das ist so, so, so. Wenn du die dreieinhalb Stunden dir anhörst von dem Gespräch. Dreieinhalb. Ja, ist leider sehr lang. Aber dann verstehst du ganz, ganz, ganz viel von dem, wie ich es mache. Und, also zum Beispiel ist, also, und es gibt ja schon auch Punkte, wo du und ich nicht übereinstimmen, weißt du, wie wir so an Sachen rangehen. Und ich glaube, wenn du dir das anhörst, dann verstehst du, was ich meine damit und warum ich es anders mache und so weiter. Also zum Beispiel, der Grundsatz darüber nimmt man jemanden dazu, setzt man jemanden drauf, weißt du, also so, da reiben wir uns ja immer, du und ich. Ist da auch komplett, also so, der sagt halt aus voller Überzeugung, naja, wir waren fünf Freunde, die dann eine Band gemacht haben. Und über allem stand allererstes Mal, nee, natürlich gibt es hundert bessere Bassisten, Gitarristen, Lichtmachertonen, was auch immer. Aber vor allem hat die menschliche Ebene gestimmt und die war erstmal wichtiger. Und dann musste der Bassist halt, wenn er nicht ganz so gut war, musste der halt Nachhilfe nehmen oder, oder, und hat sich das dann drauf gebimst. Und der hat auch so geile Wörter, der benutzt ja immer so geile Wörter, die so ein bisschen out schon sind, aber, aber einfach saulustig. Also es ist richtig, ich habe laut gelacht in dem Podcast, mehrfach, ich war zu Tränen gerührt, wie er über seinen Vater und die ganze familiäre Situation zutiefst bewegend. Wie alt ist Karl jetzt? Also fast 55, 56 oder sowas. Und zutiefst inspirierend auch, also so wie er, also wie zufrieden der ist und wie angekommen der auch ist und wie er so da sitzt und sagt, krass, das ist jetzt, also, und, 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 und so ähnlich fühle ich halt auch. Also so, ich, ich, ich denke auch ganz, ganz oft so, oh, Alter, es ist schon, also wenn ich zurückgucke, es ist schon crazy, was mir passiert ist. Und, und, äh, und, und zum Beispiel, also, irgendwann sagt er auch, dass dieses Verdienen, dass er nicht, dass er das nicht richtig findet, wenn jemand sagt, das habe ich mir verdient. Das finde ich ja auch so. Also ich finde auch zu 100 Prozent, dass es respektlos den Leuten gegenüber ist, die genauso viel Gas gegeben haben, aber nicht diesen einen riesengroßen Faktor Glück und Zufall, Timing, der bei mir der allergrößte Faktor ist. Und jetzt deswegen zu sagen, dass, dass ich irgendwie mehr verdient hätte als ein anderer Fotograf, Videograf, was auch immer, ähm, 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 weil ich irgendwie vielleicht in dem Moment auch performt habe, äh, wäre einfach falsch, weil es nicht stimmt, de facto. Und das, also, es ist ganz, ganz, ganz viele Momente und wirklich mega, mega krass, wie, wie man da diesen Menschenkampi, der mich wirklich zutiefst, bis heute zutiefst, also, weißt du, so, vor zwei Jahren spielen die in Mannheim ein Konzert und, und da rufen die eine Woche davor an bei mir und sagen, hallo, ja, ich mache die Gästeliste für Mannheim, ähm, das ist ja nicht so weit weg von Heidelberg, wie ist denn das da mit deiner Familie oder Theresas Familie, meine Frau, ähm, will da irgendjemand zum Tote-Hosen-Konzert kommen? Dann sag jetzt mal Bescheid, dann machen wir die auf die Gästeliste. Wo ich so, noch nie, und ich meine, ich arbeite seit 15 Jahren in der Musikbranche, hat mich irgendjemand aktiv gefragt, ob irgendjemand auf eine Gästeliste will, weißt du? Ja. Also, so, so, diese, diese ganz menschliche, herzliche, zufriedene Komponente und auch dieses, das sind vier Leute, die teilen alles durch vier, die machen das zu viert gemeinsam, natürlich schreibt Kampi die Songs und steht da vorne, aber trotzdem merkst du, wie die so als Mannschaft funktionieren und wie, wie zutiefst richtig, fast alles, nicht fast alles, alles, was du siehst, ist, was, wie die so rangehen an Sachen und wie die das machen und wie, wie krass, wie krass Kampino ist. Das ist einfach, also, es hat mich zutiefst bewegt und auch so, also so, so, dass ich, ich war da so saustolz danach, dass ich auch mit denen was zu tun hatte, dass ich auch zu dieser Familie gehöre. Aber wie bist du an die damals, über, über, über Marten? Marten, ja, Marten war da, Marten war schon ein großer Punkt, der hat viele Texte geschrieben und hat auch, hat auch, also so, Marten und Kampino sind gar nicht so unterschiedlich als Typ, so, 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 verrücktheitsmäßig und, und dies und das und der, der hat, ähm, Marten hat irgendwann mit dem geschrieben, die haben so, äh, es war bei Marse Mototour. aber du warst auch richtig unterwegs oder nicht genau danach dann also martin hat hat quasi mit campi geschrieben und dann haben die die gehen immer einmal im jahr nach argentinien und argentinien sind diese superstars weil die ramones haben die vorband gespielt und und also total wahnsinnig und diese argentinien reise ist immer auch so friends and family mäßig und da haben die martin plus zwei eingeladen und und oder also haben einfach gesagt willst du nicht mitkommen und dann dann bin ich da mitgereist und dann also ich habe auch kein hotelzimmer bezahlt zum beispiel das habe ich immer ich habe immer gesagt wer zahlt denn hier die hotelzimmer ja die hosen ich so hä das geht wie wie das das war ein trupp von 60 leuten jedes essen jedes hotel und ich so das ist aber doch nicht also ich habe mich fast schlecht gefühlt da am anfang aber und und da haben wir uns dann auch gut verstanden und dann habe ich ja richtig viel also mit campi habe ich auch ja mal vor der fußball wm 2013 hat die ard so ich habe so kurzfilme quasi also kurzfilme so drei minuten vlogs quasi immer mit campi gemacht die gibt es auch alle noch auf youtube hast du mal die sind sehr lustig finde ich also zum beispiel fahre ich so mit campi mit dem zug zu einem konzert nach bremen und dann fahren wir mit der mit der straßenbahn dann so und also campino hat schon eine gewisse bekanntheit auch und die leute gucken dann immer so ein bisschen komisch so hä ist der das jetzt ist der nicht und er hat aber so einen geilen humor der ist richtig krass witzig und dann holen wir uns halt so die karten und die 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 dass wir nicht schwarz fahren und dann sind wir in die falsche richtung gefahren und dann hat campi da so in bremen zum beispiel hält er kommt dann so ein fan hält halt an er kennt ihn und dann sagt campi zu dem kannst du uns kurz zur halle fahren wir wissen nicht wie wir da hinkommen und da so ja klar und dann war das eine anzeigen verkäufer vom bremer tageblatt oder sowas also campi fragt der ist auch richtig krass interessiert an menschen also mit campi hast du immer freunde egal wo du hingehst das ist bei martin übrigens auch so und ich hoffe teilweise ist bei mir ja auch so dass ich oft interesse an den leuten habe und mich das wirklich aufrichtig interessiert und und die sind dann noch viel krasser und er hat dann auch gesagt was machst du so und was dein beruf und du machst dann so anzeigen dann sagt er sofort zusammen und kann ich jetzt hier für 50 euro eine anzeige für morgen kriegst du die morgen noch rein und das gibt es halt alles als video auch und dann erzählt er dann so ja hier und ja schreib mal schreib mal auf hier also die toten hosen möchten sich bei den bremern für den gelungenen abend bedanken oder sind es zu viel zeichen jetzt der typ versteht überhaupt nicht und dann laden die den halt auch also so so der war dann an dem abend auch da und dann haben die den auch gleich wieder auch sowas nach jedem konzert sind die draußen noch mal und und haben immer so 150 gäste wo sie vier kisten bier hinstellen und mit denen mit allen einzelnen noch mal quatschen und sich wirklich mit den also und das merkst du in diesem podcast wie ernst dem die menschlichen beziehungen sind und das ist wirklich zutiefst beeindruckend ich habe dich lange nicht so euphorisch reden hören ja wirklich aber das spricht ja also für die erfahrung die du mit denen gemacht haben muss da würde ich mir wünschen dass du irgendwann so über mich redest wie du gerade über copy gesprochen hast aber 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 man merkt jetzt richtig an wie was es für ein herzensthema ist weil du so leidenschaftlich darüber sprichst was das für krasse du sind ich habe hier nur einmal über dich ich weiß nicht ob du dich noch an den abend erinnern kannst aber mit martin du und ich waren waren abendessen und martin meinte dann auch er bringt kampi mit und ich habe glaube ich den ganzen abend kein wort gesagt weil ich vor ehrfurcht erstarrt bin da saßen wir da einfach nur und ihr hattet so es war bei euch war so total lustig locker alles cool und dann seid ihr glaub martin ist glaube ich rausgegangen die frische luft weil er telefoniert hat du musst pinke gehen und dann saß ich da mit kampi allein am tisch und ich war so richtig ich finde das einer der der wenigen grönemeyer finde ich und und er so das ist so so diese liga von 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 superstars die dieses land hat also ich finde den wahnsinnig faszinierend als typ auf jeden fall er hätte diese unfassbar mit dem also 2013 haben wir dann mit der ard diese kurzfilme quasi für die fußball wm verkauft wir hatten und da hatten wir so als als plan und hat jochen noch gelebt der der manager von denen das halt auch so wenn du da mal der manager von denen der hat glaube ich am ende dann auch mal irgendwann ich weiß gar nicht was es war aber der hat eine white party in düsseldorf machen wollen und dann gab es aber irgendeinen ich weiß nicht ob es ebola war oder was anderes wo quasi das dann nee hier love parade ja love parade ist passiert und ich glaube danach war ja klar dass jetzt keine großen raves mehr sofort stattfinden können und dann hat er sich so richtig am ende verhoben finanziell und die toten hosen haben dem aber dann alles geliehen also an an geld was er dann sofort wieder zurückgezahlt hat durch seine tantin weil weil danach haben die sehr erfolgreiche konzerte glaube ich gespielt weiß ich jetzt auch nicht ist auch ein bisschen gefährliches halbwissen was ich jetzt genau sage aber die sind wirklich füreinander immer da gewesen und also ich meine die der ist gestorben leider inzwischen und und der liegt in der gruft in der toten hosen gruft die haben schon gräber in denen sie gemeinsam sich beerdigen lassen das ist wirklich also das ist zutiefst beeindruckend finde ich lange rede kurzer sinn wir haben das an die ard verkaufen wollen dass campino und ich sechs wochen lang während der fußball wm 2014 durch brasilien fahren weil campi campi hatte so zwei verrückte brüder die aus bayern kamen und die vor 20 jahren nach fortaleza nach brasilien ausgewandert sind warum auch immer und seitdem wohnen die da und da perfekte beziehungen hatten und wir wollten quasi jeweils zu spielen so kleine einspieler machen die sie dann so ich sag jetzt mal mehmet scholl steht dann da moderiert irgendwas macht da glaube ich nicht mehr oder wer 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 ist da gerade ob die wahrscheinlich ob die und schweini genau ob die und schweini stehen da schweini hat auch super post gerade gemacht hast du das gesehen musik ich höre gerne musik welche musik hört ihr so ich weiß nicht wer diese texte da drunter macht hoffentlich nicht und der der aber auf jeden fall ist die wollten wir quasi so kleine einspieler die dann da gespielt werden und um das alles einmal zu testen sind wir vorab nach brasilien gefahren und haben quasi drei solche einspiele produziert und die zwei brüder handeln die redaktionsleiter und die haben dann irgendwas immer organisiert wo wir halt so keine ahnung in jerry coquara was und kiteboarding so eine düne mit wind und was auch immer da sind wir dann hin und und sind dann mit dem helikopter hängen geflogen da ist diese diese geschichte passiert wo campi sein sein handy habe ich diesmal erzählt ja 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 und das war in diesem heli und noch nie verlust so krass gesehen als er sein handy aus dem fenster des helikopters komischerweise wenn man das fenster aufmacht und ein foto von draußen macht fliegt da das handy weg auf jeden fall haben die aber danach diese 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 einspieler das bild alleine was ich vor augen habe ist so gut wenn wenn du so die hand wieder so weg aber genau so war es ja und ich war ihm halt wie wir saßen uns gegenüber im helikopter und wir haben ja er saß gegen die fahrtrichtung ist ihm so vorne weg geflogen und wir haben sie auch noch sehr lange gesehen das hat immer so rein raus also du hast immer das display noch so schimmern sehen aber ist halt ins meer geflogen als brasilianischen nordküste also und wir haben am tag davor darüber geredet dass er icloud backups nicht traut und ich habe ihm versucht so ein bisschen zu sagen so machen 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 wir ruhig ein backup das gut für die fotos und so und und das schlimmste war aber danach also campi war natürlich sauer und ich war aber halt so 20 cm von ihm entfernt und habe immer so meinen kopf nach links zum fenster raus und so so meine hand weil ich so krass mein ganzer körper hat gebebt vor lachen aber ich wollte nicht lachen und habe dann so angefangen zu zittern und so und irgendwann hat er dann also er hat ein paar sekunden gebraucht aber irgendwann hat er dann auch gelacht am anfang war schon so scheiße auf jeden fall kamen wir zurück mit diesen filmen und haben die dann dem unterhaltungschef von der ard gezeigt der der chef der fußball wm bla was auch immer und dann haben die gesagt ist ja schön gut aber das interessiert uns wirklich und haben uns knallhart abgesagt und das lag nicht an geld also so wir wollten eigentlich am ende wollten wir nur zwei akkreditierungen über die ard für die fußball wm und uns 60 spiele angucken oder wie viel auch möglich sind maximal wir wollten eine brasilien fußball wm reise machen hinten raus natürlich das glück des jahrtausends sonst wäre ich wahrscheinlich nie beim dfb also so wenn ich damit campi lustige kleine filme für die ard gemacht hätte dann hätten die garantiert nicht bei mir angerufen lange rede kurzer sinn sehr 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 beeindruckend wirklich 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 hör dir das an also ich hab die du hast mich hundertprozentig überzeugt ich glaube selten wurde der content der woche von dir mit so viel feuer und so viel so viel worten erzählt aber ich habe eine kleine geschichte ist mir gerade eingefallen während du das erzählt hast können wir kurz werbung machen dann erzählst du sie mir mein lieber joko tik tok ist immer noch am start und dort gibt es die aller 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 beste sache nämlich den fußball hub von the zone und kicker the zone absolut super 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 gut kickers sowieso absolute fachkompetenz in sachen fußball und das alles auf tik tok aufbereitet in einer wunderbaren kurzen clip art und weise so dass man einfach weißt du wie man zwei bei tik tok eigentlich also hoch nämlich da geht man so immer runter weißt du hast du es mal gemacht joko ich bin doch hier tik tok auf der ersten stunde genau und ich folge aber nur diesem einen account weil alles andere macht keinen sinn das ist aber wirklich sehr 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 gut du folgst nur denen nicht mir doch dir auch natürlich natürlich und der rest macht natürlich schon auch sinn aber grundlegend ist es dort eine sensationelle seite und da gibt es auch fußball mml ist am start ja von uns und niklas und wie heißt er mike für mich der einzig der einzige der einzig wahre fußball podcast ja tatsächlich und die haben eben auch noch eine tik tok verlängerung würde man dazu sagen also wenn man den podcast mag hat man sehr viel spaß auch mit den kleinen clips die sie erstellen von sie davis von bayern der kanadier der der hocherfolgreich auch da war ich mal ich war mit dem am sommer war ich mit dem bayern hier unterwegs sozusagen in der usa tour und dann war ich so der la typ und dann hat unser bekannte gemeinsamer bekannte hat dann so die hatten dann frei zwei stunden und dann hat der unseren freund johannes gefragt wo seid ihr und der so ja wir sind hier essen wir waren aber mit der betreuenden werbeagentur und den geschäftsführern und den ja da waren dann so drei vier berater auch noch von der werbeagentur dabei und alfonso davis hat dann so da komme ich dazu weil er glaube ich dachte dass das mittagessen so ein bisschen wie mein instagram account ist sagen wir es mal so es war anders das waren so münchner werber er war genau 42 sekunden da und hat gesagt okay ich muss jetzt noch mal woanders hin aber auch cool das ist auch richtig fabian becher free kickers carol von den goalkeepers und vielmehr das alles wenn man also man muss unten auf entdecken gehen und dann das bild mit der so ein fußball hub einfach anklicken und dann ist alles gut und dort wird dir wirklich geholfen ist ein sensationeller account auf tik tok solltest du dir mal anschauen fußball hub auf tik tok wird angeschaut ich bin mir uns vielleicht habe ich dir auch schon erzählt oder dir schon erzählt sagt wenn ich es dir schon erzählt habe ähm wie ich in düsseldorf im hotel im aufzug stehe und till lindemann reinkommt ne till lindemann der sänger von rammstein ich war in düsseldorf im hotel ich habe damals ähm was war denn das ich glaube race of champions oder so das ist so eine rennveranstaltung hier wo die dann die besten weltbesten fahre alle damals schumi und vettel und so alle waren sie da äh und es wurde auf sat 1 übertragen glaube ich sogar und weil ich so ein motorsport äh fan bin äh hat sat 1 gehört ja zu pro 7 damals gefahren hast du bock das zu moderieren das ist da ein dings in in düsseldorf und äh das geht ein ganzes wochenende wir fänden es mega wir machen so ein run extra da raus äh hast du hast du gelegenheit mal die ganzen superstars der szene kennenzulernen und äh war dann auch so war ein mega wochenende und dann stehe ich abends im hotel nach getaner arbeit und fahr mit dem aufzug hoch und dann äh hielt der aufzug äh aber also ich kam aus der tiefgarage hielt der aufzug aber auf lobby ebene nochmal und dann stieg till lindemann zu und dann war ich wirklich so boah ich hab den vorher noch nie live gesehen äh der ist ja schon irgendwie eine erscheinung weil er halt so ein ein riese einfach ist also wirklich ein ein koloss von von typ und äh hat halt einfach auch ein ein krasses auftreten in seinen klamotten ich weiß noch dass er so so stiefel an hatte die so leicht locker waren und die klackerten so beim reingehen und dachte ich so oh fuck und dann ist ja so der moment von äh sagt man hallo sagt man nicht hallo ist ja aber es gibt ja dieses absurde weil man irgendwie in der öffentlichkeit steht sagt man sich hallo obwohl man sich nicht kennt was ich irgendwie eigentlich immer versuche zu vermeiden wenn ich personen dann nicht wirklich kennen und dann war er aber so na geht's gut und ich so ja 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 mir geht's gut danke danke und also was machst du in düsseldorf und ich so äh du ähm hier race of champions ah ja wir spielen konzerte und ich so ah hier spielt konzerte ja hier ist es da oben zwei tage nacheinander ausverkauft und ich so ach krass und er so ja willst du kommen und ich war wirklich ne mein größter traum immer kein scheiß ein rammstein konzert sehen und dann meintest du du äh wann spielt der denn man so ja morgen und übermorgen ist kacke ich bin nur noch morgen da und morgen abend ist das große finale da kann ich nicht und dann meint er ach ärgerlich und dann meinte er und äh hast du sonst irgendwie freunde oder so die kommen wollen und ich so äh bitte was und dann ging wirklich so die die aufzugtür auf und ich dachte okay jetzt ist der moment eh vorbei er geht jetzt und dann hat er sich so in die tür reingestellt und meinte so ja ich weiß nicht freunde ich meine vielleicht hast du ja irgendwie leute dabei die die noch bleiben oder ich so du ich bin tatsächlich hier aus der ecke also wirklich deine familie will deine familie vielleicht zum konzert kommen ich so du es ist wirklich ultra nett ich weiß gar nicht was ich sagen soll aber glaub mir meine familie ist jetzt nicht so die familie die sich jetzt ein konzert also mit all the respect aber die würde sich jetzt kein rammstein konzert angucken und sagen krass das ist wahrscheinlich nicht so ganz der musik okay ich verstehe schon aber du wenn dir noch was einfällt ich gebe dir mal meine handynummer und ich stand wirklich da ich dachte mir so ein bisschen was hier ist doch irgendwo versteckte kamera das kann doch jetzt nicht sein ernst sein und habe mir dann aber wirklich seine handynummer gegeben und hat dann gesagt wenn was ist eine melde ich wie gesagt wir sind ja die nächsten zwei tage noch da morgen abend übermorgen spielen wir konzerte alles easy wenn du noch irgendwie tickets brauchst also so wie du es gerade weil du gerade von campi sprachst ja so proaktiv war für mir die story ein lustigerweise auch in düsseldorf die heimat der toten hosen und dann habe ich gesagt ja alles cool alles cool habe dann eine freundin angerufen und weil ich weiß dass die rammstein fern ist und habe ihr die geschichte erzählt und dann meinte sie nur so ey joko könntest du den für mich fragen ist ey bella bei aller liebe dann meinte sie weil auch ihr freund damals ein riesen also ihr freund hat in zürich gelebt ein riesen rammstein fan beide und dann meinte sie so ey ich glaube du das das wäre der wahnsinn ich würde auch nach düsseldorf kommen und ich weiß gar nicht mehr wie der freund damals hieß tom oder nennen wir ihn tom ähm äh tom würde aus zürich bestimmt kommen und dann meinte du pass auf bella folgendes ruft tom an wenn tom bock hat nach düsseldorf zu kommen heute noch dass ihr morgen oder übermorgen aufs konzert ich muss das wie gesagt erstmal checken ich kann das nicht versprechen dann würde ich glaube ich den mut aufbringen ihn anzurufen dann hat sie irgendwie drei minuten später angerufen ja also wir sind dabei und ich so oh scheiße das gibt es doch nicht jetzt habe ich die nummer von ihm so okay ich melde mich und habe das dann vor mir hergeschoben weil ich mich nicht getraut habe ihn anzurufen total ab weil sie auch mein gott das war so ehrlich und und so real man hätte ihn wahrscheinlich sofort anrufen können aber man kannte sich so wenig und ich war halt einfach so starstruck wirklich von diesem typen und so begeistert davon wie wie cool der war dass ich das einfach nicht so was herzgebracht habe dass ich dann sofort anrufe ja übrigens habe ich jetzt wirklich jemanden gefunden der kommen wollen würde so was ist so der typ der vorher gesagt hat so nein nein auf gar keinen fall und habe das dann so vor mir hergeschoben und dann schrieb mir am nächsten mittag schrieb mir bella und dann meinte sie sag mal hast du dich gar nicht mehr gemeldet und dann wuchste der druck bei mir und dachte ich so ah fuck ich muss den anrufen 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 und dann schrieb mir das nicht mehr gemeldet ich muss den anrufen ich kann nicht einfach sagen ich habe gefragt und ich habe nicht gefragt so ich muss das checken dann habe ich all meinen mut zusammen genommen und habe ihn angerufen dann ist er nicht rangegangen natürlich nicht dann hat er aber zurückgerufen eine Viertelstunde später meinte du sorry wir waren hier gerade in der Besprechung ich konnte nicht ran was kann ich denn für dich tun und dann meinte ich so wegen des Angebots nochmal der Tickets kannst du mir für heute wahrscheinlich jetzt nicht weil der Typ würde aus Zürich extra kommen aber vielleicht für morgen könntest du mir morgen zwei Tickets zurücklegen und er so nur zwei oder oder brauchst du mehr ich so nee zwei würden reichen er so ja gar kein Thema sagt mir mal die Namen ich so ja bella und Tom er so ja kein Thema die sind hinterlegt vorne gibt es so einen kleinen extra äh nebeneingang oder so so ein Kabuff oder so irgendwie so so ein Campervan I don't know kriegst nicht mehr zusammen auf jeden Fall hat er mir genau beschrieben wo wo sie ihre Tickets abholen sollen so nächster Tag ich war wieder zurück in Berlin ruft Bella an und Tom auch und beide stehen da und sagen so Joko es tut uns wahnsinnig leid ähm ja aber ähm unsere ich weiß nicht was du jetzt denkst aber wir stehen nicht auf der Liste und ich so oh Gott und ich so nein das kann nicht wahr sein und sie so doch ich so gib mir mal die Frau und sie so ja hallo hier mein Name das war damals noch äh das waren die Anfänge von die Anfänge von ProSieben ich glaube da weiß gar nicht ob es da Halligalli schon gab I don't know ähm keine Ahnung ich krieg's nicht zusammen äh und war da wirklich so ja hallo hier äh mein Name ist Joko Winterscheid so in der Hoffnung dass irgendwas klickert klackert bei der Dame da aber nichts hat geklickert klackert und die so ja kann ich jetzt auch nichts machen also ich hab denen schon die ganze Zeit gesagt hier es gibt nichts also keine Dinge so ja auf der auf der Liste von äh von der Band ja hab ich geguckt ist auch nichts und ich so von Till Lindemann persönlich nein ist auch nichts und die war wirklich so ja kann ja jeder kommen so mäßig ne und ich so okay fuck es bringt nichts ey der ist extra aus Zürich gekommen ich kann das jetzt nicht nicht machen ich muss den jetzt anrufen und es war wirklich so keine Ahnung gehen wir mal davon aus Stage Time halb neun es war Viertel vor acht und ich dachte mir so oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott die sind wirklich jetzt Backstage und die sind da irgendwie so bei sich beim Einschwören die sind tief in ihrer Phase von Vorbereitung anziehen ja was so volle Phase der Konzentration harte Musik alles die rattern alle Bilder durch den Kopf und ich dachte ich hab aber keine Wahl ich stehe jetzt in deren Pflicht so ich hab's denen versprochen er hat gesagt er kann's machen die sind extra angereist ich kann das nicht nicht machen so und dann hab ich wirklich hast du hast du dir überlegt ob sein Telefon vielleicht mit der Bluetooth Anlage in der wo die sich warm spielen wo er so zwei Songs abspielt oh Gott oh Gott so weit hab ich nicht gedacht und du hast einen eigenen eigenen passenden Jingle Ton oh Gott ich stell dir das mal vor oh Gott ich grünsche in dem Moment wo ich jetzt dran denke dass sie da Musik gehört haben und sein Telefon oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ich weiß es nicht es hat auf jeden Fall geklingelt äh zweimal und er ist ran ja und ich so oh Gott scheiße und ich so Till es tut mir unfassbar leid und dann so wer ist denn da und ich so ich bin's Joko ach Joko wo du auch merkst der hat niemand meine Nummer abgespeichert was ich schon sehr cool fand und dann ich nur so äh Till es tut mir unfassbar leid dich so kurz vor der Schoße stört und er so ja was denn was kann ich denn tun und ich so ey pass auf äh die beiden die du auf die Liste gesetzt hast ne die sind nicht auf der Liste oh ich krieg schweißnachste Hände werde ich's erzählen wirklich ey guck dir das ist wirklich das ist mir so unangenehm jetzt noch ähm und dann war der so ja okay und jetzt und ich so naja der ist halt extra aus Zürich so das tut mir wahnsinnig leid aber kannst du irgendwas er so gut pass auf ich sag Bescheid äh die sollen bitte Backstage da wo die Trucks hinten an der Halle stehen da ist so ein so ein Gate ne da sollen die irgendwie hin ich schick jemanden und dann war es wirklich so äh dass Bella mich anrief und meinte Joko und jetzt wird's noch viel schlimmer Joko wir stehen hier Backstage nachdem ich dir das gesagt hatte oh mein Herz pocht Alter wir stehen hier Backstage hier sind ungefähr 500 oder 600 Leute es ist unmöglich da vorne zu diesem Typen zu kommen und ich so äh ja aber Leute was soll ich denn jetzt machen ich kann doch jetzt nicht irgendwie also ihr müsst doch selber und in dem Moment sagt die so Joko 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 du glaubst nicht was grad passiert ist und ich so was denn da ging grad das Tor auf und Till Lindemann steht da die Menschenmassen du hörtest es im Hintergrund alle nur so wie sie schreien und dann hörst du wirklich Bella Tom Alter Till Lindemann himself hat Bella und Tom Backstage reingeholt und ist dann wirklich also die hatten ja nur ganz stinknormale Tickets ja also Tickets wo sie irgendwo im Innenraum mitgestanden hätten hat sich tausendmal bei denen für die Umstände entschuldigt und meinte so ey es tut mir total leid sorry dass ich jetzt so einen Stress hatte und die waren so oh mein Gott das glaub ich nicht die größten Rammstein Fans der Welt und in dem Moment muss ich wirklich sagen ich war immer schon Fan von Rammstein einfach aufgrund der Inszenierung aufgrund dieser ist ja wirklich Kunst was die da machen in meinen Augen also irre und dass der so groß ist in dem Moment und sich gesagt hat fuck it man er hat vollkommen recht die haben den ganzen Weg auf sich genommen ich hab ihm gesagt ich helfe ihm ich hab ihm Tickets angeboten ich stehe jetzt in seiner Schuld und dass er niemanden geschickt hat weil er wahrscheinlich keinen ad hoc gefunden hat bevor ich jetzt jemanden suche der es nicht macht und der nachher nochmal anruft der Idiot mach ich es lieber selber aber in dem Moment ist Till Lindemann für mich unsterblich geworden und Bella hat mir danach nur gesagt Joko das war der unfassbarste Abend der Welt ich kann nicht in Worte fassen was wir da erlebt haben als Rammstein ich weiß nicht wie ich das jemals wieder gut machen kann aber das war der das war irre was die da erlebt haben und sie meinte alleine wie sich so wie bei Moses das Meer in zwei teilt weil die sagen so ja und alle drehen sich rum und gehen auseinander und sie schreiten so spalier durch die Menschen also so komm du rein und dann sind die da Backstage rein herzlich willkommen herzlich willkommen ja und dann hat er die da irgendwie Backstage kurz irgendwo abgelegt und meinte so ich muss dann jetzt auf die Bühne ich zitter am ganzen Körper bei der Geschichte weil mich das immer noch so bewegt weil ich das so verrückt fand was für eine coole Sau der ist mega sehr beeindruckend ja also ich kenne ihn nicht und ich kenne auch Rammstein nicht aber alles was man erzählt bekommt ist ja auch genau sowas dass die halt einfach sehr viele Sachen richtig machen und genau ja also dass du wirst auch bei diesem Campino Podcast auch die ganze Zeit so dieses ich glaube das hat Rammstein auch immer gemacht immer also dass der Inhalt halt stimmt also so da geht es bei Kampi auch ein bisschen drum und das ist echt beeindruckend wie er so auch immer erzählt wie wie quasi die Verpackung schlechter sein muss also sie müssen scheiße aussehen der Sound muss aber dann gut sein weißt du also die haben sich gute Boxen gekauft aber die Logos abgemacht damit es auf keinen Fall klar ist dass es gute Boxen sind also also overdeliveren im Produkt und das also ja das ist wirklich also versuche ich ja auch immer mal also so weißt du mit dieser ganzen Überzeugung die haben es genau umgekehrt nicht wie wir beim Rennrad fahren die haben Look Slow GoPro oder Look Low GoPro so wahrscheinlich besser sehr gut ich wollte dir eigentlich noch von meinem Offroad Abenteuer erzählen ja stimmt da haben wir jetzt gar nicht drüber gequatscht du hast auch so eine geile App benutzt habe ich gesehen du hast so geil diesen Weg danach gezeichnet aber da müssen wir weil du merkst hörst du meine Stimme meine Stimme wird schon sehr reibeisenmäßig und ich muss noch ein bisschen labern die Woche und ich werde auch sehr müde ich würde jetzt einfach hier auf Stop drücken und mich in die Nacht verabschieden Lass nächste Woche wieder telefonieren und von wem wird denn unser Telefonat präsentiert von welchem sensationellen Telekommunikationsdienstleister 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 auch ein geiler Moment in dem ich habe als ich Radfahren war quer durch Joshua Tree habe ich ich habe das neue iPhone was übrigens sensationell ist fotomäßig und so aber habe auch gleichzeitig dann keinen Empfang mehr gehabt und dann musstest du das echt wenn du nicht vorbereitet bist dann weil ich das Telefon gewechselt habe und bla und ich nur eine einzige Datei quasi über einen Zeitraum von sechs Stunden konnte ich nur eine Sache anhören und das war der Kanye West Podcast mit Joe Rogan der lang ist viereinhalb Stunden oder auch so irgend sowas ich muss aber sagen dass ich im zweiten in der zweiten Runde sehr viel mehr verstanden habe auch ich weiß gar nicht ob das Language Barrier oder was auch immer ist aber es hat sich absolut gelohnt und der der sagt auch irgendwann so im Höhepunkt wie er so also ah ist der saulustig auch sagt immer so ja du magst ja ich höre mich gerne selber reden und so und verarscht sich immer und geht dann auch so und ist in so einer Steigerung und dann und dann so und jetzt weiß ich jetzt habe ich nichts mehr was ich sagen wollte ich habe mich jetzt reingesteigert aber ich habe keinen Inhalt mehr deswegen ist Telekommunikation ich wollte nur Fire Kling und so weiter also welches Wunder ich weiß natürlich was da passiert aber grundlegend SkyV also kannst du ja auch nochmal anhören welches Telekommunikationsunternehmen oh mein Gott Paul das ist ja lustig dass du ein Wort das Wort die Schwierigkeiten bereitet es ist niemand geringeres welches Telekommunikationsunternehmen präsentiert uns es ist niemand geringeres und es ist unser Partner seit fast der ersten Stunde und ich bin sehr froh dass sie an Bord sind und jedes Mal uns unterstützen und möglich machen dass wir diese Telefonate hier führen können Ladies and Gentlemen wir werden präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben Sollen wir noch Tschüss sagen? Nö Dann bis nächste Woche Tschüss Paul Tschüss Joko Das war fast so ein bisschen Easter Egg mäßig wie so Songs wenn so eine Platte ausgelaufen ist wo man dann ganz hinten noch ein bisschen was hat Auf Schallplatten ging das noch ich glaube bei anderen Sachen CDs auch Weil es gibt ein Coldplay Album das ist auch so nach gefühlt 54 Minuten kommt dann auf einmal noch ein Song Naja Tschüss